Kapitel 23 Erleichterung und drei gute Gründe Lucius stellte langsam die Schüssel zur Seite auf den kleinen Hocker, der neben seinem Bett stand. Es waren nur noch wenige kleine Reste von den Kräutern übrig, alles andere der Suppe war sehr lecker gewesen. Ob Apollo selbst gekocht hatte? Oder war es so, dass er das Essen heraufbeschwor und es war automatisch gut und kam auch nirgendwo her? Früher hatte Lucius darüber häufig nachgedacht, aber ist dann aufgegeben. Eigentlich war es ja egal, außerdem bestimmt zu kompliziert und irgendwann würde er halt Apollo fragen. Doch jetzt, denn gerade war es wichtiger, Apollo mit seinen dämlichen Lächeln am Kragen zu packen und ausgiebig zu schütteln. Das Lächeln verschwand sehr schnell und wich der Verwirrung, als Lucius auf seinen Schoß saß und am laufenden Band »Stolide, Stolide, 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 Stolide«, rief. Und durchgeschüttelt zu werden, war auch nicht unbedingt eine von Apollos liebsten Freizeitbeschäftigung. Er hatte die Arme schnell ergeben erhoben, denn er wusste schließlich, wie gruselig Lucius manchmal sein konnte, wenn er wütend war. Irgendwann war Lucius offensichtlich fertig und ließ seine Stirn gegen Apollos Brust senken. Apollo versuchte, sein Gesicht auf dieselbe Höhe zu kriegen, natürlich den Umständen entsprechend, und fragte mit schiefgelegtem Kopf »Ähm, was genau ist los?« Lucius hob ruckartig den Kopf und beinahe wäre Kopf an Kopf geknallt. Gaia segne die göttlichen Reflexe. »Was los ist? Du fragst mich ernsthaft, was los ist? Den ganzen Tag mache ich mir Sorgen um dich, ich habe beinahe mein Leben schon für deines hergegeben, und du kommst mir mit so etwas?« Apollo musste, wenn auch nicht ganz beabsichtigt, glucksen. »Tut mir wirklich leid, Vater war eben ein ganz kleines bisschen beleidigt, da sieht das schon mal sehr aggressiv da oben aus.« Lucius verdrehte seine Augen. »Lach nicht so, nimm mich ernst!« entrüstete er sich, und Apollo konnte es nicht mehr an sich halten. Er prustete los, und in dem Moment, in dem er gerade genug Luft bekam, presste er heraus. »Tut mir leid, Lucius, aber du bist so niedlich, wenn du schmolz. Was soll ich denn machen?« Lucius verdrehte seine Augen. Der war ein hoffnungsloser Fall. Er ließ sich wieder gegen die Brust seines Liebsten sinken. Eigentlich hatte er für das alles schon keine Nerven mehr. Ein herzhaftes Genen entwich ihm, worauf Apollo, der sich wieder beruhigt hatte, schmunzelte. »Na, du bist ja wirklich hinüber.« Lucius schloss seine Augen und grummelte, »Natürlich, was erwartest du denn nach einem Tag voller Organisation und Nervenfolter?« Apollo rückte sich in den Kissen zurecht. »Das werde ich wohl heute nicht mehr los, nicht wahr, Melilla?« murmelte in Lucius' Locken. »Natürlich nicht.« »Na schön, aber schau mal, wir haben jetzt doch tatsächlich Juno auf unserer Seite.« »Gut, das klingt jetzt so hart, aber unsere Hochzeit steht jetzt nun wirklich nichts mehr im Wege, mit dem Gott der Hochzeit und der Göttin der Ehe.« Auf einmal war Lucius wieder hellwach. Er schoss nach oben und krabbelte blitzschnell rückwärts ein paar Fuß von Apollo weg. Dabei fiel er auch noch über die Bettkante. Der Schmerz schien aber entweder nicht da zu sein oder nicht wahrgenommen zu werden. Zumindest als Apollo schnell nachsah, stotterte er nur, »Hochzeit? Wie? Was? Wie jetzt? Unsere? Jetzt?« Apollo musste schon wieder lachen. »Natürlich nicht jetzt, Dummerchen. Ich hab noch kein Ring oder sonst etwas. Ich muss das alles noch mit Hümen durchgehen und du hast ja selbst einmal gut zu tun. Und Lucia heiratet ja auch noch.« Als er Lucius wieder aufhalf und zu sich zog, fügte er noch an, »Ich würde dich nur wirklich gerne heiraten.« Lucius verbarg sein Gesicht wieder in Apollos Chiton und mummelte, »Das solltest du aber nochmal überdenken. Ich bin doch nur ein Sterblicher und das ist ein bisschen plötzlich und so ganz ohne offiziellen Antrag. Lass uns später nochmal darüber reden, aber nicht jetzt, ja?« »Ist gut.« Die beiden kuschelten sich unter die Decke, wie es ihnen schon so wohl vertraut war, und Lucius war bald weggeschlummert. Apollo brauchte etwas länger, denn etwas in seiner Brust zerrte die ganze Zeit schmerzhaft. Warum sagte Lucius denn bloß dasselbe wie sein Vater? Am Abend ging es in der Villa des Antonius sehr lebhaft zu. Damit hatte er beinahe schon gerechnet. Er kannte die Kinder seines Bruders schließlich gut, und die Sinae mit ihnen waren jedes Mal entsprechend laut und voll von Gerüchten. Nicht wirklich ernst gemeinten Verschwörungstheorien und so viele Ideen für Streiche, dass sie für ein paar Äonen reichen würden. Antonius' Frau amüsierte das jedes Mal sehr, und sie hatte die eingefleischte Gruppe schon vor Ewigkeiten in ihr Herz geschlossen. Antonius war jedes Mal fasziniert von der Kreativität, die bei diesen Themen ausgeblendet wurde. Die abwegigsten Sachen wurden bei solchen Diskussionen auseinandergenommen, und auf einmal waren sie plausibel, wenn auch nicht ernst zu nehmen. Außerdem fragte er sich wirklich, woher sie alle das hatten. Da er sich keinen Einfluss von sich selbst oder Lucius vorstellen konnte, musste er es, so leid es ihm tat, auf die beiden germanischen Mädchen schieben. Sie waren so oder so ein Fall für sich, aber irgendwie konnte Antonius ihnen niemals böse sein. Natürlich gab es auch heute wieder eifrige Diskussionen, doch mit dem Thema hätte Antonius tatsächlich nicht gerechnet. Es war sein Bruder. Nein, nein, du hast es doch auch gesehen. Er verheimlicht bestimmt etwas. Das Ganze Abgeschließe und Verschwinden spricht doch für sich selbst. Natürlich, das ist ja schon klar, aber das bestätigt doch noch gleich deinen Verdacht. Es zeigt nur, dass er etwas verheimlicht, sonst gibt es keine klaren Fakten. Ich sagte, ich werde meinen Tabula fressen, wenn das keine neue Frau ist. Aber wer sagt denn, dass das etwas Ernstes ist und nicht nur eine kleine Affäre? Ist dir denn nicht aufgefallen, dass Vater in letzter Zeit viel mehr lächelt? Und manchmal ist er so verträumt, dass die Sklaven ihn dreimal ansprechen müssen, bis sie eine Antwort bekommen. Das sagt doch alles. Ja, schon. Aber wer sagt denn, dass das nicht einseitig ist? Wer sagt denn, dass er nicht noch unglücklicher wird? Betretenes Schweigen herrschte zwischen den Jugendlichen nach Frejas vorsichtiger Aussage. Nach ein paar Augenblicken ergriff jedoch Antonius das Wort. Wollt ihr mir nicht erklären, worum es genau geht? Vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen. Ich kenne meinen Bruder schließlich schon etwas länger als ihr. Eine Menge Gesichter hältten sich auf und ein detaillierter Bericht mit eingefügten Schlussfolgerungen und Vermutungen folgte. Nach Abschluss runzelte Antonius die Stirn, während er nachdachte. Dann äußerte er, ich kann euch nicht sagen, ob eure Vermutungen über eine neue Frau stimmen. Es könnte durchaus etwas anderes sein. Theoretisch gesehen könnte es so gut wie alles sein. Da hat man viel Platz für Kreativität. Andererseits sprechen durchaus einige Punkte dafür, und es ist auch nicht unmöglich, ganz sicher nicht. Falls es aber tatsächlich so sein wird, dass er eine Frau zu Besuch hatte, dann wird das nicht sein, womit er sich nur die Zeit totschlägt. Ich kenne ihn gut genug, um mindestens drei, bestimmt auch mehr Gründe dafür aufzuziehen, dass jede Beziehung, die er eingeht, ernst gemeint ist. Antonius hatte seine Worte vorsichtig gewählt, aber er hatte schließlich auch eine Leidenschaft für Rhetorik. Da war es nicht allzu schwer, genau das auszudrücken, was er wollte. Spurius fragte interessiert, welche Gründe denn? Oh ja, sag es bitte, ist es wegen Mutter? bettelte auch Siophra. Also, ich will nicht sagen, dass euch das nichts angeht, aber das ist seine Sache. Wenn mein Bruder nicht mit euch darüber reden möchte, dann lasst ihn bitte und sprecht es auch nicht an. Das ist leider so etwas bei ihm, etwas sehr Ernstes, und ich denke nicht, dass ich das Recht dazu habe, dies einfach auszuplaudern. Antonius lehnte sich in seinen Stuhl zurück. Sein letztes Wort zu dem Thema war gesprochen. Auch wenn Lucius ihm niemals gesagt hatte, was er für Styrius vor all den Jahren empfunden hatte, Antonius hatte es spätestens nach seinem Tod so deutlich wie nie gesehen. Lucius hatte sich verrückt gemacht. Fast jede Nacht, wenn er nicht zur Wache oder anderen Diensten eingeteilt war, wanderte er über das Schlachtfeld und suchte verzweifelt nach Styrius' Leiche. Damals hatte sein Freund Quintus, wenn sich Antonius recht erinnerte, versucht, ihn zu beruhigen. Er hatte gesagt, dass Styrius vermutlich von seinen eigenen Landsleuten mitgenommen wurde, weil sie ihn selbst beerdigen wollten. Daraufhin war Lucius ausgerastet und hatte ihn angeschrien, er wolle Styrius wiederhaben. Er war sein Eigentum und er habe ein Recht darauf. Und wenn Quintus ihn damals nicht weggezogen hätte, wäre das alles nicht passiert und er hätte ihn selbst bestatten können. Niemals hatte Antonius seinen Bruder so reden hören und auch als er sich später seinem Freund entschuldigte, wirkte es, als ob sie nicht mehr so nah beieinander standen wie vorher. Die vier Kinder warfen sich fragende Blicke zu. Dann wandten sich alle Gesichter zu dem, der ihn schon am längsten von ihnen kannte. Doch auch Tiberius hob die Schultern und schüttelte mit dem Kopf. den Schaum die Fläche auch und der Fläche Die Fläche und der Fläche schüttelte mit dem